Jetzt haben wir Puppi hier, unser Heilsbringer. Kommt sehen, dass er es noch mal verklappt hier. Ein schönes Auto hat er ja schon, kann man schon sagen. Nimm mal den Kopf weg, so ist es gut, danke, danke. Auch gut, klasse. Die Jungs sind auch noch alle am Ball hier, unsere Autogrammjäger aus Köln. Von der Musik hier zu teilen, ist er Techno-Fan, ne? Ja, so ist er so, ne? Hat er sein Schörfrid mit, ne? Hat er sein Schörfrid mit, ne? Doch, ne? Hawaii, aus Hawaii, kommt er noch, Hawaii. So ist er, so ist er. Puppi hin, Puppi her, soll er zwei Tage? Drei Tage? Zwei, ich tippe ihn auf zwei ein. Aber ich komme mit meinem Schörfrid gar nicht so richtig durch hier, ne? Ne? Ne, das blende ein bisschen, ne? Ja, jetzt holt man was hin hier. Gude, guude, guude, wundervor? Ja, nu, gut ist er ja.